Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde, oder unserer weiteren Verlauf-Runde, der Mario-Bruder. So, wir hatten ja bei uns das letzte Mal die Kanone durchgeschossen. Und schon. Hier war noch mal was zum Speichern. Okay. So. So. doch da lang geht es so das sind sie hallo wir haben wir uns wo ist prinz mamik ihr habt unser prinz mamik entführt gibt es ruhig zu oder ich will tun ich will es nur ansehen ja anzeigen leute wird es fett los was so was das ist wenn dieser geht und wirklich auch nicht nur schüttchen hier auf insta das gesicht ganz wieder vergleichen ich bin vari und waluigi die erfolge das besser auf die beiden sagen die wahrheit sie sagen sie jagen eine hexe namens luke milan und sie sind stark oder ich muss nicht dass es nicht so sehr ja auch gleich die person vertraut ich bin ich bin ja ich bin ja auslachtorf ist schön bitte warte und hat ein sprachfehler aber ich wie kommen die glück auf uns sprachfehler unten ist das Ich habe zu viele hinterfragen. Ich habe zu viele hinterfragen. Ich habe zu viele hinterfragen. Das Wildergang. Das Pilz. Ja, Mütze. Und Steinbeckdruck hier. Okay, da soll ich nicht lang. Aber da kann ich später lang. Neue Gegner? Nein. Wir sind in Lachdorf auf Heimwege zum Gipfel des Lachbergs. Diese Berg ist sehr sympathisch. Äh, Mysteriös ist nicht sympathisch. Wenn man den Berg hier hinunterstellt, kommt man nach Bohnenbo. Und zum Schluss Bohnenbo. Die Stadtmenschen sind viel schicker und moderner als hier in den Bergen. Ja, gut. Da breche ich mich mal an. Ja, passt jetzt nicht. Das ist geiler. Ihr seid auf dem Berg. Junge Dame, ich glaube, sie haben ein Leck. Der Lachberg sollte jeder einmal bestehen. Von dort hat man einen fantastischen Blick auf Bohnenland. Gute Frau. Ich will ja nicht sagen, aber sie lüften zu stark. weiter. Habt ihr alle die, äh, 50, äh, Lüftlöckströme? Auf den Berghilfe kann man, äh, irgendwann, oder man dann den, äh, Fuchsau muss. Man nennt es sehr anstrengend. Und der Fuchsau ist aber ganz schnell auf den Gipfel. Schön zu wissen, dass ich laufe. Ja, aber mich so. Ich habe am Dorfrand Prinz, äh, Mamek, gesehen. Ganz sicher, ein Typ mit einem komischen Helm hat ihn zum Gipfel mitgenommen. Und dann sagst du nix? Dann schälst du dir die ganze Zeit rum. Hä? 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 Symbolik? Was findest du? Der Flugsauss ist schon lange fort. Er hat, äh, er hat gesagt, er ist zu uns mal am Exciting und er nicht vom Gipfel. Berggipfel zurück. Äh. Isauunterströme, hier könnten wir nicht auf den Gipfel. Ich mach mir wirklich Sorgen. Schon wieder zum Urlaub, ich fass es nicht. So, was hast du? Inhalte zehnt denftigen Hitchen. Halme arische Kultur war die Erbignung. Was, ihr Freund so stötz am foot ist man? ist Was ist hier? Man sagt, wie Öl will sein nachgefahren der Ahario, welche aharische Kultur bekündet haben. Warum labert ihr alle so viel? Wer bützt? Wer bützt, 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 bützt ерри Häää Ja, okay. Okay, next time it's a good one. Not gonna smash it. Yeah, okay. Let's go! Let's go! Super! Laufen noch ein Wäufel Wollt ihr da noch? Wollt ihr jetzt? Achtung kein Trinkwasser Sollte denn noch über höhere Qualität stattfinden Bitte durch äußeren Druck abpumpen Wasser bitte nicht auf jeden Stelle spucken Ab Wasserfall ist es angenehm Es wäre schön, wenn wir beide für immer hier stehen könnten Äh... Steht da einfach Es ist halt kein Wetter, wenn du gedacht hast Köstlich Sollte denn noch ein Wetter? 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 Ok, schade. Ist da noch was? Komm, Mamon! Oh! Was machen wir denn gleich noch so? Was machen wir denn gleich noch so? Ach! Äh, noch mehr Probleme! Hier wohnen die Hammermacher, Klong und Sabon. Sie sind gerade auf der Suche nach frischen Felsen für neue Hämmer. Aber sie kommen bestimmt bald zurück. So, äh, So, äh, Soldaten kommen ins, äh, ins Dorf, der bloß erreibt, äh, vor der Stützbrücke ein. Ich habe eigentlich Übel vorgehofft, übergebe... Äh, äh, übergebe... Äh, Wohin soll ich jetzt gehen? Wohin soll ich jetzt gehen? Ich habe Fragen... Ich habe Fragen... Ich habe die Nase voll... ...und da... ...und nur... ... es wird dir... ... das wird dir nach der Reintang von außen ausreißen... Höhö... Schon wieder... Also... ...langsam tun mir die Echt... ...nein für das Durchlüftungsproblem! Habt ihr Kloppen schon... ...sanns... ... das schon getroffen? Sie machen die Hämmer, äh... ... von Spitzenqualität? Nein Ich habe mich wohl eingeholt, während ich mich am Prinz von Mama geht und von Mama ist schon ein schritt weiter im schloss Oh nein! Ihr seht immer zu spät dran! Das kommt davon, wenn man nicht der Deutschmann fährt! Zur Sicherheit! Ihr endet euer Weg! Ich bin nicht so, als ob ihr längst rumlaufen könntet, wenn das noch so aussieht, als ob ihr noch laufkönntet! Euer neunste Hiss! Ihr müsst schon diesen Pferd zerstören, um diesen Pferd in der Stadt zu holen! Und lauf, 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 lauf! Jetzt habe ich so ein Gefühl! Jetzt habe ich so ein ganz gutes Gefühl! Das ist der letzte Teil! Zeigen wir, was wir können! Wenn aus diesem Schein nichts wird, ist es aus mit unseren Hämmern! Dann geht es nicht so! Du, wo er geht es? Nein, das ist der zweite Teil! Da geht es nicht so! Da geht es nicht so! zu pöbeln was wir sollen euch machen ich kenne die tüten das sind berühmt ja mich kenne aber gleich anstauschen warum sieht aus wie wir per farbgebung was ihr bestellt das fertige anschließend sind die profis ja sehe ich den schneiden hafte gut betoniert das gibt es auch auf den berg mit einem hammer aus khani kriegt man aus möglich kaputt wir würden das khani selber von gipfeln aber wir können nicht so gut springen was ach so ihr seid ja meiste springer hatten wir zehn mal wieder zehn mal vergessen ihr steigt also hoch auf den berg und holt uns etwas khani das hilft uns sehr wenn ihr khani holt machen wir euch speziell aber eine hand vielleicht die andere und muss ich jetzt laufen hey Oh, die Brücke ist Rebelli, seid vorsichtig, wenn ihr an den Berg geht. Ja, gut. Gut. All das sind's nur für Hammer Time. Jetzt darf ich diesen Berg hoch rühren, Jotz. Ja, gut. Das waren wir in der nächsten Folge. Erstmal nur das komplette Dorf gekümmert und dann geht's weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.